Wir leben in verdammt schwierigen Zeiten. Die Welt droht zu versinken in Krieg und dieses System zeigt sich von seiner krisenhaften Seite. Dagegen gehen wir am 1. Mai zusammen auf die Straße, am anarchistischen 1. Mai, wofür ihr eine tolle Übersicht findet, was alles im deutschsprachigen Raum so in eurer Stadt passiert, bei anarchismus.de. Schaut da mal rein. Das ist nicht nur eine Entwicklung, die in irgendwelchen fernen Städten, irgendwelchen entlegenen Flecken dieser Welt passiert, sondern die passiert jetzt und hier, da wo wir sitzen, da wo wir kämpfen. Auch hier formiert sich der Staat autoritär, auch hier nutzt das Kapital die Krisen, um richtig dick Kohle zu machen. Und auch hier müssen wir in unserer eigenen Bewegung gegen die liberalen Tendenzen ankämpfen. Und genau deswegen gehen auch wir, zusammen mit allen anderen, am 1. Mai hier in Dortmund auf die Straße, um 16 Uhr im Westpark im Dortmunder Unionsviertel. Wir sehen uns auf der Straße. Glück auf. Glück auf.